Ist heute schon das Finale? Wie viel das passiert, weiß ich nicht. Oh nein, nicht schon wieder so ein Level. So ein ähnliches hatten wir schon mal. Hier sind Juwelen, hier ist Zugang zu Juwelen. Gibt es hier irgendwo ein Dungeonherz? Ich habe nur... Moment, das lasse ich mal zu. Okay. Ei, 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 ei. Da ist Lava. Ich bin mal gespannt. Es hieß nämlich, äh, jetzt am Level, ich muss schnell sein, bevor die Hunde, ähm, mich angreifen. Da ich jetzt, äh, meinen Bereich nicht aufgemacht habe, sollte mir theoretisch nichts passieren. Weil ich das eher weniger denke. Hier drüber war irgendwas. Irgendwo hier drin ist ein Vampir, wenn ich das richtig gelesen habe. Obwohl, keine Ahnung. Den muss ich finde, bevor er, ähm, gefoltert wird. Und so ungefähr die aktuelle Lage. Ich kauf schon wieder nur mit der Pfeiltasche statt mit W.A.S.D. Mit W.A.S.D. kann man nämlich auch laufen. So, ich möchte am besten alles erkunden. Da komme ich hier hin. Okay. Gehe ich aber da durch. Sonst komme ich zu den Höllehunden. Hier ist nochmal ein Lava-Gebiet. So. Dann geht es der Oppo weiter. Hier ist was Größeres. Was gut ist, die können mein Dungeon-Herz nicht angreifen. Weil ich da nicht aufgebuddelt habe. Oh Gott. Hier haben wir. Erste ist dann kalt Irgendwas Ja da ist was Da geht nicht hin Da sind Indie-Follow Ich darf den Ind nicht verlieren Hallöchen Warte was Warte was Ich habe das Level so damit gewonnen Okay Game saved Die 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 Vielen Dank.